Hey liebe liebe Freunde, willkommen zu German Warface. Warface, alles klar. Ja, es kam gestern ein Video mit den zwei Intros, die zur Verfügung standen, die ihr auswählen konntet, welche wir davon nehmen. Ja, die Lösung ist gerade vor mir am liegen, wie viele Kommentare für Intro Nummer 1 und Intro Nummer 2 waren. Und da war ein eindeutiges Ergebnis definitiv drin. Und dieses Ergebnis ist jetzt sehr spannend. Und zwar hat gewonnen das Intro. Was richtig spitze war an diesem Wettbewerb sozusagen, dass wir insgesamt 57 Kommentare hatten. Das ist krass. Also 57 Leute haben mitgemacht. Und das ist mal, ich sag mal, eine sehr, sehr große Zahl. Das ist nicht jeden Tag so. Und deswegen, 57 Leute haben gesagt, Intro Nummer 1 oder Nummer 2. Und es war ganz, ganz ausgeglichen. Und zwar hat Intro Nummer 1 ganze 34 Stimmen bekommen. Intro Nummer 2 hat leider nur 23 Stimmen bekommen, was dann auch ein wenig gering war. Also, Intro Nummer 2 ist natürlich damit dann auch sehr, sehr glatt durchgefallen. Schade für Intro Nummer 2. Aber so ist die Welt leider, ne? Nicht alles kann man haben. So, das war's eigentlich mit dem Video. Das ist eigentlich nur die Auflösung sozusagen für die Intros. Jetzt, hoffentlich mal ist das jetzt langsam Ende. Und zwar kommt beim nächsten Video mal ein richtiges Gameplay oder halt was anderes. Wir werden's sehen. Aber es werden keine Informationsvideo kommen oder mehr so kleine Videos. Da wird auch mal gespielt. So Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo runter. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal.